Wir alle haben als Kind Findet Nemo geschaut. Aber ist euch denn hier etwas aufgefallen? Am Anfang sehen wir, dass ein Barracuda die Eier von Marlin und seiner Frau frisst. Aber Barracudas essen eigentlich gar keine Clownfischeier. Das bedeutet, der Barracuda hat die Eier gar nicht gegessen, sondern jemand anders. Und die Antwort wird euch nicht gefallen. Marlin selbst hat die Eier gefressen. Denn Clownfische sind dafür bekannt, ihre eigenen Eier und die geschlüpften Jungtiere zu fressen. Nachdem Marlin aus seiner Natur heraus alle Eier gefressen hatte, nannte er das letzte Ei Nemo. Auf Latein bedeutet Nemo niemand. Ach du Scheiße. Marlin hat von den Eiern niemand übrig gelassen. Nemo hat nie existiert. Und jetzt mach dann nicht mal das Scheißplus weg.